Also in diesem Video will ich eine Ankündigung machen, wenn ich das 100. Video hochlade. Und zwar bestimmt ihr, was ich dann als 100. Video hochladen werde. Und zwar, erste Frage, welches Thema soll das 100. Video enthalten? A. Wetter, B. Schach, C. Mario Fabi, D. Minecraft, E. Kenny Quash oder F. Sonstige Themen. Ähm, dabei schreibt ihr die Antworten in die Kommentare rein. Und die zweite Frage bedeutet, wie lange, also wie lange soll sie denn sein? A. Weniger als 5 Minuten, B. 5 bis 10 Minuten, C. 10 bis 20 Minuten, D. 20 bis 50 Minuten, E. 50 bis 90 Minuten oder F. mehr als 90 Minuten. Da können sie natürlich auch nicht so ein bisschen beschränken. Und dritte Frage, soll ich noch Statistiken in das Video anhängen? Ja, einmalig, also nur bei dem ersten hunderten Video. Würde ich dann hinter dem Video noch die Statistiken anhängen. Die werden dann auch im Videodauer mit eingewertet. B. Ja, alle hundert Videos. Nein, niemals, soll ich nie machen. Und D. Nein, alle zweihundert Videos. Oder alle dreihundert Videos. Also E. Dann könnt ihr sonst noch andere Antworten aufschreiben. Also hier steht nochmal, schreibt die Antworten in die Kommentare so. 1.A, 2.B, 3.C oder ich kann sie zumindest interpretieren. Das würde reichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schönen Tag noch. Ich hoffe, das war's. Es geht groß, thanks, Mama. Dann governing dir näin.